Setzt euch ans Wüstenbiom und baut ein paar Kakteen ab. Vergnügt euch aber nicht mit denen, ja, meine Stimme ist richtig geil. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Hardcore Games. Habe ich noch nie gesagt, glaube ich, denn ich habe ja nur den Namen geändert bei den ganzen Folgen. Ich bin Kangaroo und ich habe ja ein bisschen bei dem Info-Video gesagt, vorhin, als ich das aufgenommen habe, ich habe ja gesagt, dass ich dann auch dieses Ding hier aufnehme und dann noch, ha, let's build together, nee, nicht, äh, wieder ein bisschen leashed. Ja, und ich muss jetzt direkt laufen erstmal. Und zwar so. So. Erstmal Holz abbauen und währenddessen sage ich euch mal, dass ich ja gesagt habe beim Info-Video, dass das letzte Survival Games gekommen ist, aber das war extremst falsch. Und dass ich auch überhaupt kein PvP gemacht habe, das ist aber auch falsch, denn es gab ja das Battle. So. Bei der Woche vor dem Battle ist ja trotzdem, äh, ähm, äh, noch Survival Games und Hunger Games gekommen. Und zwar am Dienstag war damals Survival Games und, ähm, ähm, warte mal, und am Ballastag war damals, äh, Hardcore Games. So, jetzt mal direkt ein Steinschwert machen. So. So, so. Dann können wir mal Tchuu-Tchuu machen. Natürlich mit diesen Effekten, das müsst ihr auch mal machen. So, hier Tchuu-Tchuu Effekte. Könnt ihr ein bisschen Stein sammeln. Für einen Ofen und eine Spitzhacke. Ist ja noch früh. Ich hab's ja so schnell hingekriegt jetzt. Endlich mal. Und ihr habt ja schon zwei Fehlaufnahmen. Das ist ja seit langem nicht mehr her. Deswegen hab ich auch irgendwie überhaupt keinen Bock mehr auf PvP. Dass ich immer nur Fehlaufnahmen hab. So. Dann kann ich mir endlich mal einen Ofen so craften. Dann kann ich das hier mitnehmen. Und dann geht's direkt ab. Nach. Da oben. Ne. Dieses Kit bringt's voll. Ich mag Kinkero voll. Die sind nicht hinter mir her. Ich brauch die aber auch nicht. Ich hoffe mal, ich droppe nicht immer mein Schwert jetzt. So. Hier ist ne Wüste zum Glück. So. Ich geh mal hier nach oben jetzt erstmal. Ich klicke mal voll verrückt. Oder so. Ich will nach oben. So. Zu hoch. Zu hoch. So. Das hier abbauen. Und das hier abbauen. Und das hier abbauen. Und das hier abbauen. Und das da abbauen. Und das ist der geilste Song ever. Das Abbaulied. Ne. Das Lagerfeuerlied ist das ja. Das Abbaulied. Das setzt euch ans. Äh. Dschungel. Dschungel. Äh. Ans Wüstenbiom. Und baut ein paar Kakteen ab. Vergnügt euch aber nicht mit denen. Ja. Meine Stimme ist richtig geil. Ja. Ja. Reicht nicht aus. Sollte schon ein paar mehr einsammeln. Aber die gibt es ja irgendwie voll selten. Das heißt ja. Das heißt ja. Bezucker sollte man auch ein paar machen. Das ist bestimmt geil. So. Machen wir erstmal so. So. Dann kann alles erstmal von da unten weg. Dann haben wir ja schon mal ein paar Suppen. Das ist schon mal gut. Denn da können wir erstmal zweimal essen. Wieder nach oben packen. Hat es voll gebracht. Dann haben wir wieder volles Leben. Und da kommt schon jemand. Da kommt schon jemand. Und der killen mich will. Wollen. Ja. Das ging aber schnell. Der war extremst leicht. Der Typ. Danke für die Düngens. Für die Suppen. Mein Freund. So ein zweites Steinschwert. Falls ich das eine droppe. Könnte ich mir mal eine Spitzhacke zusammenfügen. Der hat aber ein Steinschwert. Ein Holzschwert. Wieso braucht man beides? Egal. Hat er auch Cakti-Jewies, oder? Dschungel-Jewies. Was hat er denn? Ja, Cakti-Jewies. Okay, dann sortieren wir erstmal kurz unser Inventar. Wir haben überhaupt Zeit. Hoffentlich. So. Hm. Das war schon mal gut. Ich sammle erstmal ein paar Dings hier. Beziehungsweise ich kille mal den Typen dann. Ganz schnell. Der gerade am Sammeln ist. Der sieht mich ja gerade nicht. WTF, was ist das denn für ein Kett? Okay, ich laufe erstmal weg. Ich weiß nämlich nicht, was er für ein Kett ist. Ich könnte ihn einfach noch killen, glaube ich. Wenn ich eine bessere Rüstung hätte, so. Dann laufen wir erstmal weg, glaube ich. Und hier ist irgendwie das Force Field. So. Ich bleib mal hier dann. Ich baue mich mal ein. Kurz. So. Hm. Zwei. So. Ihr seht gerade bestimmt gar nichts. Und das ist mir sorry. Aber ich könnte mir jetzt mal eine Falle machen. Beziehungsweise eine überlegen. So. Ich mache mir erstmal ein paar Suppen. Wie viel ich gerade machen kann noch. Denn ich habe ja alle jetzt verschwendet irgendwie. Mit diesem Typen dort. So. Sollte ich das Eisen farmen, wäre eigentlich eine gute Idee. Wäre nicht so eine schlechte Idee. Aber ich will, glaube ich, jemanden killen. Erstmal. Und zwar nicht diesen Typen dort. Der mich fast gekillt hätte. Da. Das sind Kühe. Das ist nice. Dann kann ich die eine Spitzhacke, die ich da habe, verschwenden. Und mir eine Steinspitzhacke machen. Die ich auch von Anfang an vorhatte. Oh. Werkbank. Und eine Spitzhacke. Hm. Das Holz reicht mir ja genau aus. Das wusste ich noch von vorhin. Ne. Ich hatte jetzt Glück. Ja. Dann habe ich noch. Zweite Steinspitzhacke. Naja. Die Werkbank reicht genau aus. Geil. Wusste ich gar nicht. So. Dann baue ich erstmal das hier ab. So. Dann habe ich ein Steak. Das kann ich essen, wenn ich Hunger habe. Gerade habe ich aber keinen Hunger. Wenn ich verhungere wieder. Dann kann ich das essen. So. Wir gehen dann erstmal ein paar Suppen noch sammeln. Und dabei noch ein paar Leute killen. Aber ich will nicht diesen Typen da. Ninja Boy. Der ist aber auch noch da. Ich weiß nicht, ob er Ninja Boy war oder wie er hieß. Ich esse das mal. So. Dann packe ich Blöcke im Inventar. Habe ich ja in Massen. Kann ich mich mal hochbauen. So um die 10. Ich glaube höher kann man nicht. Keine GroKid. Spring. Das ist ja FreeKid gerade. Pro will ich mir eigentlich nicht kaufen. Ist mir zu scheiße. Vielleicht mal ein Kit. Stomp habe ich auch gespielt. Als ich das Battle hatte. Habe ich ja noch ein bisschen trainiert. Hardcore Games hat gespielt. Können das trainieren. Und da gab es Stomp als FreeKid. Oh da sind zwei. Danke für den Eimer. Bzw. Oh. Boah. Das war ja schlimm. Bin ich jetzt so schnell gekillt worden. 23. Place out of. Oh ich bin 23. Das war auch mal was. Okay dann war es das mit dieser Folge Leute. Ich bin mir jetzt. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe so viele Fehler auf meinem schon gehabt. Ich nehme jetzt gleich noch Vita Beast auf. Das mir richtig viel Spaß macht. Ich werde ja so viel schaffen. Ich glaube ich werde auch ein Jetpack gleich haben. Ihr seht es ja schon. Habt ihr ja schon gesehen. Und hast du nicht gesehen. So dann war es das. Ciao. Ich sage ja irgendwie nicht so ein riesen Outro. Aber okay dann. Ciao. Und ciao. Und ciao. Und ciao. Und ciao. Ciao. Ciao.